Bei zwei aufeinanderfolgenden russischen Angriffen auf ein medizinisches Zentrum in der ukrainischen Stadt Sumy wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens neun Menschen getötet. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers folgte dem ersten Angriff ein zweiter Angriff Russlands, während Patienten und Mitarbeiter evakuiert wurden. Zusätzlich zu den mindestens neun Menschen, die bei den beiden Angriffen getötet wurden, wurden zwölf Menschen schwer verletzt. Russland soll Shade-Drohnen gegen die Einrichtung eingesetzt haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Sumy ist etwa 32 Kilometer von der russischen Region Kursk entfernt, wo ukrainische Truppen seit Wochen stationiert sind, um den militärischen Fokus des Kremls von der Frontlinie in der Ukraine abzulenken.